Aufzüge hier bei Yvonne Kaufhof in Düsseldorf an der Guinness Allee. Neben den drei Personenaufzügen gibt es natürlich auch noch zwei Lassenaufzüge. Es gibt sogar drei, wenn auch ich den Plan hier habe. Heute sind Personenaufzüge, keine Ahnung. Bei der Zeit gibt es hier am Nebeneingang auch noch einen Personenaufzug. Von L&S sind die Aufzüge hier. Es gibt auch noch einen Aufzug, da gibt es sehr viele Aufzüge. Plassenaufzüge und auch Personenaufzüge. Also im Personalaingang, im Personalbereich. Es gibt nur drei Aufzüge hier im öffentlichen Bereich. Sind hier die Aufzüge hier überhaupt? Ja oder? Also schon voll. Hier im O1-Soyce kann ich auch noch. Das kann ich sogar noch nicht sagen. Da liegt auch viel zu defekt. Das liegt ein paar lange auf der Fahrt. Ja, fein. Leider sind jetzt die Zinsklonen obergefallen. Ein Aufzug ist da. Nehme ich den. So, wir müssen so häufig zu... Drei. Drei. Starttaste. Ja, und mit ihm. Lass mich mal in die Bauna 690. Das heißt, ich gebe auch nur durch die Diefung. Wohin wollen Sie? Ganz nach unten. Ja, ehrlich. Danke. Wir müssen eigentlich die ersten an der Stehelfreise bringen. Ja, ehrlich? Danke. Ist schon ein Tür gedrückt, ne? Danke. 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 Danke schön. Danke sehr. Danke. 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 Ja. 18 Tage. Oh Gott. Ja. Ja. Jetzt ruf einer an, aber ich gehe jetzt in die Hand. Danke. Danke. Die neue E-Metage ist sogar... Keine Ahnung. Wo bin ich hier? Ah, da ist jetzt so ein Ausgang. Schade. Ich bin immer da hin. Ich bin immer da hin. Da bin ich immer bei einer Gipfartner-Lounge, aber ist wohl nicht. Ist keine Gipfartner-Lounge. Ich bin immer da hin, dass ich nicht ganz in der Gipfartner der Saal zurückkehode. Ich bin immer da, da bin ich eine Gipfartner, die nicht verabschiedet habe. Oh Gott, das ist immer da. Das war's für heute. Ich habe auch eine Förderlotsche gesehen. Die zu dritte Etasche ist leider gesperrt. Ich habe schon mal den Aufzug geführt, aber ich habe für mich den noch mal. Aber ich habe letztens gesehen, dass man da auch hochgehen kann. Sehr schöner Aufzug mit Taste. So war die Tür automatisch. Ne, automatisch. Ich lasse mal, dass man hier so drückt hat. Hier sind Treppenhaus. Das ist eine Rumpelpassung, aber ich war trotzdem hoch. Das habe ich schon gar nicht gesehen, ey. Bau 2015, Hersteller Thyssen. Bau 2015, Leider von AlphaTip modernisiert. Aus der Dusche überall. Hier ist doch ein Parkregender, oder? Ja. Genau. Hier lassen wir aufs Segeln. Von den Parkdecks. Da wollen wir auch hin. Super. Super. Achso. Gucken wir mal in die Schubkarte rein. Glück gehabt. Eine schöne Ausgang gefunden. Aber ich frage mich wirklich. Die ist ja auf sich hier super. Das sind wohl Mitarbeiterpapel oder so. Achso. Okay. Wo kann man hier runter? Auf irgendeine E nochmal. Steht. Ich habe ein Holz. Und dann wäre danach ein Aufsieg. Ich habe auch einen Laden. Soll hätte ich sehen oder so. Dann müssen wir das hier auch an der Letzte Leistung kriegen. Vielleicht gehen wir auf Ebene 4. Hier. Der Wurtausgang. Wo das ist? Zum Ausgang. Da geht's zum Ausgang. Da geht's zum Ausgang. Oder? Außer Essen können ich alle. Sehr schöner Auszug. Geist. Hier wird wieder. Wir können die Hohen gehen, aber wir können die Hohen gehen. Ein sehr, sehr schöner Thyssen-MN-Aufzug. Sehr schöner Aufzug hier. Ebenen 5, 6 und 7. Ventilator, ich gebe es hier auf. 30 Sekunden, glaube ich. Leider wurden auch die Plastenaubzüge bereits modernisiert. Auf einen Mitfahrt habe ich versichtet. Ich wollte nur eigentlich ins Parkhaus wieder. Das haben wir auch geschafft. Haben wir ein Auto gefunden. Außer die Tape. Okay, das funktioniert wohl nicht. Du kannst P4 übertreppen oder so. Das ist ein schöner Aufzug. Hier raus, genau. Den Link auf die Tape. Das heißt, man kann bis P5 fallen. Dies nehmen wir die Tür. Ach so, kann man jetzt auch ohne Fahrtäger reingehen. Wusste ich gerade nicht. Und die Aussage ist manchmal so beschäftigt. Das heißt, von außen kommen, bis jetzt irgendjemand auch hier rausnehmen kann. Und stehe direkt auf der Windallee. Moment. Was ist dann auf der 6? Auf der 6? Klar, ist bestimmt personal. Egal. Hier ist ein 6. Ach so, okay. Jetzt weiß ich. Ich weiß ja, ich bin schon mehr. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis in den Videos. Tschüss.